Das ist Raphael, das ist Malte, ich bin Philipp und zusammen sind wir das Team PAVO von der Hochschule Rhein-Waal und mit der Hilfe von KI wollen wir Webseiten für blinde und ebenennte Menschen zugänglicher und barrierefreier machen. Wenn jetzt eine sehbeeinträchtigte Person auf eine Website geht, dann kann unser KI-System automatisch die Bilder der Website herausfiltern und für alle Bilder, für die es keine Beschreibung gibt, automatisch eine Beschreibung generieren. So können sehbeeinträchtigte Personen mithilfe unserer Software auch erkennen, was auf den Bildern entsprechend zu sehen ist. Wir freuen uns natürlich super darauf, in den USA endlich unser Projekt nochmal in einer viel größeren Audience zeigen zu können und freuen uns natürlich auch darauf, die ganzen Teams beim Imagine Cup kennenzulernen aus den ganzen anderen Ländern, die da sind und ihre Projekte, was sie zu zeigen haben.